Also ich kenne das Inuit Film Festival schon von vor drei Jahren und bin einfach immer total begeistert und habe einfach eine Verbindung zu den Indianern und Inuits und finde es einfach immer spannend. Das sind richtig, richtig gute Filme. Musik Als man sich älter fühlt, man fühlt sich, dass das Puzzle zusammenkommt. Und es gab sehr, sehr spezielle Gründe für die schwierigen Zeiten. Musik Und wir sind dabei und wir waren nichtIsn'ten, wir waren Freunde. Ich bin sehr beeindruckt. Viele Leute hier in Deutschland und Stuttgart haben großartige Punkte und die Kultur der aborgen, mehr als unsere eigenen Regierung und das mich sehr sehr stolz. Ich bin das zweite Mal hier und ich habe auch die zwei Jahre darauf zugefiebert, habe mich die ganze Zeit gefreut. Ich hatte 250 Filme oder sogar ein bisschen mehr wurden eingereicht und es war sehr viel Arbeit und das Interesse ist sehr, sehr groß. Also im Vergleich zu 2012 und 2009 habe ich ungefähr 50, 60 Filme mehr eingereicht bekommen. Spiele für mobile Medien wie iPad, iPhone und andere mobile Endgeräte. Wir sind hier auf dem Inuit Film Festival, weil unser erstes Produkt, das Spiel Evolution Indian Hunter in der Welt der Lakota Indianer um 1800 spielt. Ja, das ist eine Möglichkeit, um Filme zu sehen, die sonst einmal nicht auf die Leinwand kommen oder im Fernsehen und die eben abseits von diesem Karl May Klischee auch eine Seite von Indigenen, von Indianern und Eskimo, von Inuit zeigen, die man so gar nicht kennt, die ich gar nicht kannte. Ja, das ist eine große Rolle. Personally, Normalist Highlands should mean to, um, to, that I'm hoping that my films welcome people into the, I guess, for that moment, to welcome them into my world and to, to try to help them understand where, um, my community is. I think that America, just by the other side, is not this mainstream America, which you know from the news, from Hollywood, but to show that there is also a different America, a very deep America. The narratives that these films are articulating is about, um, lived life and, uh, the challenges that we all face, you know, in, in understanding our own human condition. I'm just, I'm just really happy to be meeting all these people. I think it, it will bring you and I closer to each other, not just in the sight, but in the spirit of one another. ... ... ... Vielen Dank.